Ja, jetzt ist es auch mal wieder so eine krasse Sache, der Konkurrent auf den anderen Kanälen, die ich immer mal geguckt habe, die filmen immer an der U-Bahn und warum soll man nicht im Zug filmen? Also es ist ja irgendwie eher ein Schränk und wenn man die schöne Bahnhofssache sieht und den einfahrenden ICE auch noch mal filmen kann, ja, weil ich glaube, da hat man schon einen kleinen Eindruck, wo man im Herz der Stadt unterwegs ist. Guckt euch die Kulisse an. Ich war jetzt gerade am Hauptbahnhof vorbei und ich bin echt easy. Ich habe schon lange keine Videos, keine Vlogs mehr gemacht. Was sage ich denn mit Musik? Hallo? Ja, ich finde es jedes Mal spannend, wenn man auf dieser oberen Trasse langfährt und zum Beispiel vom Hauptbahnhof in die Friedrichstraße fährt und ja, Friedrichstraße ist jetzt auch nochmal eine Idee, dass ich da mal ein bisschen was abdrehe. Ich bin gerade auf dem Rückweg, weil ich muss in zwei Stunden arbeiten und naja, das hat schon was, ne? Ja, ja.